Kannst du bitte diese Krebse machen? Ich hab letztens, dass sie meinen Schrank gefunden, wolltet unbedingt, dass ich diese Krebse mache. Die Sache ist, es lag jetzt fast ein Jahr bei mir im Schrank. Einen hier, die leben noch? Wir haben eine Lupe, einen überdimensional großen Behälter. Keine Ahnung. So eine Pipette, hä, wofür? Was sind die Eier von den Krebsen? Diese Krebse gab es nur in den Dinosaurierzeiten. Die brauchen 250 Meter Wasser. Jetzt brauchen wir mehr Salz. Jetzt tun wir die Eier rein. Okay, ich weiß gar nicht, wie viel, aber jetzt muss man das umrühren. Scheiße. Ich verstehe, ich hätte nur vier Spatelspritzen nehmen sollen. Ich glaube, das ist zu viel. Das wird schon. In drei Tagen sollen die schlüpfen. Lass das Plus verschwinden, wenn du das nicht verpassen willst.